Sehr geehrte Fahrgäste, in den Fahrzeugen der Delbus und an Haltestellen besteht eine grundsätzliche Maskenpflicht. Achten Sie bitte auf den korrekten Sitz der Mund- und Nasenschutzbedeckung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Halt, mittelzuchtiger Borchstraße. Nächster Halt, Borchstraße. Nächster Halt, Panukam. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Try not only. Auf Wiedersehen. Nächster Halt 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 Nächster Halt